herzlich willkommen zu diesem video wie du hier bereits siehst geht es heute um die wordpress akademie von werner lang fritz das ist ihr bereits heute werden wir uns die neue master coaching komplett ausbildung zum master of online business ansehen so wie es hier steht grundsätzlich geht es darum dass werner lang fritz dich begleitet und dir quasi monatlich module freischaltet in denen du lernst wie du erfolgreiches internet marketing beziehungsweise online marketing betreibst werner lang fritz hat das ja perfektioniert die letzten jahre er zeigt dir in seiner wordpress akademie wie du das ganze schritt für schritt umsetzer setzt da wird wirklich von null auf gezeigt wie du das ganze machst das ist egal ob du da schon eine webseite hast eine domain oder ähnliches selbst wenn du da noch nichts hast wird dir das ganze gezeigt wie du im internet geld verdienen kannst wie das werner macht und du kannst die strategien für dich modellieren und wir schauen jetzt einfach mal direkt in den kurs rein für die schnell entschlossenen du kannst dir die wordpress akademie das master coaching direkt über den link unterhalb des videos sichern und kannst es aktuell um einen euro testen das heißt du zahlst nur einen euro und hast direkt zugang zur wordpress akademie es ist ein zeitlich begrenztes angebot von werner und du kannst es jetzt nutzen wie gesagt das ist direkt der erste link unterhalb des videos oder du gehst einfach auf bonuskiste.com wp akademie genauso wie es hier steht ich möchte dir in der bonuskiste dazu schenken meinen video kurs den traffic booster im wert von 197 euro den bekommst du wenn du dir den kurs von werner über den link unterhalb des videos holst und mir danach eine mail schreibst an bonus bonuskiste.com damit ich weiß wohin ich dir die zusatzkurse freischalten kann im traffic booster zeige ich dir wie du profitable facebook und google ads anzeigen schalten kannst der kurs kostet normalerweise 197 euro schenke ich dir allerdings in der bonuskiste vollkommen kostenlos dazu zusätzlich bekommst du von mir dazu meine facebook gruppen strategie dabei handelt es sich aktuell um eine meiner lieblingsstrategien denn da zeige ich dir wie du was im kurs auch behandelt wird ohne werbeausgaben täglich 2 bis 3000 besucher für deine webseite generiert und zwar mit hilfe von facebook gruppen deswegen auch der name facebook gruppen strategie kostet normalerweise 197 euro schenke ich dir in der bonuskiste allerdings vollkommen kostenlos dazu dazu einfach den ersten link unterhalb des videos dann kommst du direkt auf die verkaufsseite die wir uns ja gerade angesehen haben da ist noch mal eine zusammenfassung des gesamten kursinhalts zu sehen und wie gesagt aktuell ist es so dass du wird die wordpress academy master coaching um einen euro testen kannst so und hier befinde ich mich auch schon bereits im mitgliederbereich der wordpress academy so sieht das ganze aus wenn du dich hier eingeloggt hast ich möchte dich einfach einen kurzen überblick geben was dich hier im kurs erwartet wie gesagt es werden die immer wieder neue module freigeschalten wo du einfach stück für stück dein online business dein internet business aufbauen kannst das heißt das ganze fängt an mit den grundlagen wie baust du eine webseite auf wie kommst du überhaupt an eine domain und so weiter und endet dann damit dass du eben dann erfolgreich deine produkte verkauft wie du traffic generiert wie du zu zahlenden kunden kommst und so weiter und so ist das ganze aufgebaut das ist hier das ist hier modul 0 bis modul 9 und ich verrate dir einfach was dich hier erwartet schauen wir erstmal direkt hier rein modul 0 so sieht das ganze aus das heißt du hast hier immer verschiedene videos du hast hier zu jedem modul mehrere videos in denen die werner die grundlagen wie in diesem fall erklärt und das fängt hier schon mal sehr gut an finde ich sehr cool dass das werner in den kurs reingepackt hat und zwar geht es hier um die firmengründung und steuerlich ist das heißt wenn du den kurs so durchmachst wie es werner dir in dem video kurs zeigt wirst du damit geld verdienen natürlich musst du wenn du das ganze ausübst und geld damit verdienst eine ja eine firma gründen ein unternehmen anmelden und wie das ganze funktioniert was du dabei beachten musst welche unternehmensform du anmelden solltest und wie du das mit den steuern und so weiter machst das erklärt die werner eben in diesen fünf videos du hast hier immer checklisten dabei das heißt ich würde dir empfehlen druck dir diese checklisten aus und arbeite parallel die videos durch so kannst du immer sicher gehen dass du wirklich alles verinnerlicht hast und hast es nicht nur am video am bildschirm sondern auch ausgedruckt vor dir liegen zusätzlich hast du hier auch noch die den text zu jedem video dazu das heißt es ist eben nicht nur das video sondern checkliste und text direkt dabei das was eben hier zur firmengründung hier geht es dann direkt weiter wie du siehst mit modul 1 online marketing grundlagen in diesem modul werden dir wie der name bereits verrät die online marketing grundlagen von werner verraten das ist der verräte hier was nötig ist welches wissen du dafür brauchst wie das ganze überhaupt funktioniert womit du geld verdienst und so weiter im modul 2 widmest du dich der website installation das ist hier geht es dann darum eben deine webseite aufzusetzen selbst wenn du da noch keine vor erfahrungen hast erklärte werner hier schritt für schritt wie das ganze funktioniert und du kannst es direkt klick für klick schritt für schritt nachmachen dann hast du hier direkt workshops dabei wo du direkt live am bildschirm verfolgen kannst was werner eben macht und kannst das ganze für dich einfach nach modellieren und für mich sind alleine die workshops bereits den preis des kurses wert denn bei sowas lernst du einfach am meisten wenn du da jemanden siehst der ahnung hat und der das ganze vormacht du schaust ihm zu und arbeitest eventuell parallel direkt an deinem eigenen projekt weiter dann geht es weiter mit modul 3 suchmaschinen optimierung das heißt suchmaschinen optimierung seo dabei geht es eben darum dass du deine seite so optimiert dabei gibt es bestimmte tricks und tools dass deine seite bei google für bestimmte suchbegriffe ganz oben steht auch das hat werner perfektioniert und zeigt dir wie das ganze zu machen ist modul 4 ist die produkterstellung wie erstellst du ein produkt das du natürlich anschließend verkaufen kannst dann geht es hier weiter mit dem zweiten workshop auch hier wird wieder gezeigt okay wie setzt man das gelernte wissen nun in die praxis um habe ich jetzt so bei den meisten online kursen auch noch nie gesehen modul 5 social media marketing das heißt du lernst hier wie du über social media das heißt instagram facebook und so weiter werbung schalten kannst so dass du eben mit dem ziel an die sache herange ist dass du zum beispiel 10 euro werbebudget ausgibt und dadurch hat zum beispiel 15 euro oder 20 euro einnimmst dann kannst du das ganze natürlich hoch skalieren und je nachdem in welcher nische du bist damit daneben geld verdienen modul 6 die traffic generierung dazu schenke ich dir ja meinen traffic booster auch dazu das heißt ich zeige dir hier wie ich dieses modul praktisch umsetze ich bin da kein freund von großer theorie sondern ich zeigte einfach im facebook ads account und im google ads account was funktionieren was nicht bei mir du kannst das ganze nach modellieren und zusätzlich hast du hier eben im modul 6 noch mal ein eigenes modul für die traffic generierung wie werner das aktuell schaltet und einen workshop dazu modul 7 affiliate marketing modul 8 e mail marketing nicht umsonst heißt es das geld liegt in der liste hier lernst du eben nachdem du dann deine ersten produkte verkauft hast zusätzlich im nachgang automatisiert mit e mail marketing noch mal produkte zu verkaufen modul 9 dabei geht es eben um die marketing strategien welche marketing strategien wendet werner an und welche kannst du für dich nutzen welche solltest du von ihm nach modellieren und auch hierzu gibt es dann einen workshop wenn du das alles abgeschlossen hast erwartet dich eine abschluss prüfung expert coaching das heißt du wirst dann ja quasi zertifizierter meister in diesem bereich und kannst dich nochmal abprüfen lassen ob du wirklich alles verinnerlicht hast wie gesagt ich würde dir empfehlen das ganze so zu machen dass du die module die du ja monatlich freigeschalten bekommst nach der reihe durchgehst und das ganze aber parallel auch direkt aufbauen ist sehr wichtig dass du da direkt ergebnisse damit erzielt und wenn so hast du selbst die bestätigung dass es für dich funktioniert und kannst dann auch bereits nach kurzer zeit den preis der die wordpress akademie kostet wieder herein arbeiten wenn du dir ein produkt nach diesem schema aufbaust oder eine seite ja wie bereits erwähnt du kannst die wordpress akademie aktuell um einen euro testen gehe dazu einfach auf bonuskiste.com wp akademie oder klicke den link unterhalb des videos wenn du länger als einen monat in der wordpress akademie dabei bist schenke ich dir dazu meinen video kurs den traffic booster im wert von 197 euro wo ich dir zeige wie ich aktuell facebook und google anzeigen schalte die eben profitabel sind das heißt das einfach mehr rauskommt als ich in werbung reinstecke ich zeige dir das einfach wie das ganze funktioniert wie du das ganze auf eigene produkte machen kannst oder aber auch auf affiliate produkte zusätzlich bekommst du von mir dazu eine meiner aktuellen lieblingsstrategien und zwar die facebook gruppen strategie in der ich dir zeige wie du automatisiert mit hilfe von facebook gruppen 2 bis 3000 besucher am tag erreichen kannst ich möchte hier jetzt gar nicht zu viel verraten du brauchst auf jeden fall hier kein werbebudget sondern du machst das ganze automatisiert mit tools brauchst dazu nicht mal deinen eigenen facebook account sondern kannst zb einen fake facebook account verwenden und dabei lernst du wie du gezielt automatisiert in gruppen posten kannst um deine produkte zu verkaufen auch dieser kurs kostet normalerweise 197 euro schenke ich dir in der bonus kiste allerdings kostenlos dazu wenn du dir den kurs über den link unterhalb des videos sicherst bonus kiste punkt com slash wp akademie sowie es hier steht und mir danach eine e mail schreibst an bonus und bonus kiste punkt com damit ich weiß wohin ich dir die bonus kiste freischalten kann